Ja, ich hab unser Dschungel gefunden. Gale Sache. Aber so eine Minimab ist echt schon was Feines, muss ich echt sagen. Ich war ja damals immer nicht so der Fan davon. Weil ich immer zu blöd war, das zu installieren, bis ich mir alles selber beigebracht habe. Jetzt portet er sich einfach, weil er zu faul ist, seinen fetten Arsch zu bewegen. Fetzag! 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 Fetter! Du fetter, fauler Gamer! Oh Gott. Ja, das müsste jetzt sein. Moment, wir sind auch fast schon da. Ja, noch 200 Meter in der Fall. Bitte links abbiegen. Bitte 300 Meter geradeaus folgen. Dann rechts abbiegen. Dann links, Korbe, rechts fahren. Es gibt ja richtig komische Koordinaten, wo man sagt, ja, bitte geradeaus fahren. Dann rechts abbiegen. Und 100 Meter später rechts, links abbiegen. Oder sowas. Und es wird schon wieder dunkel, ey. Wir haben den ganzen Tag verprasselt, nur um unser Zuhause zu finden. Ich bin fast da. Ja, ich hab's gefunden. Ich bin wieder zu Hause! Yeah! Super! Türe zu. Ja! Und das Eisen ist natürlich nicht fertig gebrannt, oder? Ist es fertig gebrannt? Nein, natürlich nicht. War ja klar. Erstmal alles hier in die Scheiß. Ach gut, das ganze Fleisch werden wir jetzt erstmal braten, aber den Rest können wir hier reinballern. Oh, wie das siehst du auch mitgenommen hast, ey! Das andere Bett, das Bett, die Betten bauen wir einfach mal nebeneinander, falls nochmal irgendwelche anderen Leute dazukommen. Fleisch kann ich mit rausnehmen, das werden wir gleich erstmal braten. Also Eisen ist ja da viel zu schade für, finde ich. Ne, aber es hat mehr Sinn halt, ne? Ne, ja schon, aber. Ja, ich glaub, das war so, ne? War das nicht so mit der Rüstung? Ne, so. Nein, jetzt hab ich Iron Bars gemacht, ich trotte. Aber die kann man auch gebrauchen. Da hab ich schon eine coole Idee fürs Kellerfenster, so. Guck, guck. Kellerfenster? Hallo? Alter. Na, ich will ein Kellerfenster bauen und nicht hier 20 Jahre noch warten müssen. Das ist doch ein Keller hier, was willst du denn? Ist doch voll geil. Ne, das sieht scheiße aus, ne? Mit was baut man das denn ab? Ein Schwert? Ne. Spitzkacke. Spitzhacke. Das muss auch symmetrisch sein, deswegen. Warte mal. Gib mir mal, hab ich noch Koppelstolen dabei? Ja, ich hab noch ein bisschen was. Da, da, da. Da. Ich hab schon wieder ein Fail gebaut. Jetzt sieht's aus wie so ein Kellerfenster hier. Ha, 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 ha. Jetzt können wir auch mal rauskommen, ob welche Pisser da draußen auf uns warten. So, ha, ha. Sieht so schwul aus mit deinem Scheißding, ne? Aber die Iron Bars kann man immer gebrauchen. Und ich hab mir übrigens zwei Stiefel gemacht, wenn du welche willst, ne? Dann pack ich die immer mal in die Kiste rein. Also mit Eisen sollte man immer ganz vorsichtig umgehen, außer man heißt so wie ich und man kann das nicht, ja? Äh, packen wir mal die Stiefel hier rein, falls jemand anders mal gebrauchen möchte. Oder ich irgendwann. Ähm, die Iron Bars können jetzt da auch rein. Also die Kisten müssen wir uns jedenfalls auch noch mal machen. Das werden wir jetzt noch mal ganz schnell machen. Und ich fang schwer an so schnell zu reden, blablablablablabla. Und wir führen noch kein richtiges Zimmer, müssen wir jetzt alle hier unten schlafen, ne? Ja. Und das ist doch kein Problem damit. Ja, machen wir ruhig. Aber wir können auch noch, wie lang bist du denn noch da, bis du essen musst? Also ich hab gesagt, ich komm später. Also ich bin der Tisch, isses bitte. Was gibt's denn bei euch zu essen? Kalt oder was? Nein. Ja, nee, weil es ist dunkelgerade, tun wir. Tun wir. Ja, ich bin auch noch ganz kurz am Wurst stellen, jetzt hier Kisten machen, ne? Gut, dann werden wir gleich nochmal Holz fällen gehen und dann wollen wir anfangen, das Holzgruß zu machen. Dann werden wir so, ja sagen wir mal so eine Stunde 45 machen, wenn das geht. Ich mach mir mal kurz. Ja, mach das ruhig. Aber ich kann dir auch ruhig meine geben. Jetzt hab ich schon einen. Na gut, dann nimmst du halt nicht meine. Die wieder so, wie er will. Ich hab schon benutzt. Und die war ganz wenig benutzt bis jetzt. Ganz wenig benutzt. Genau richtig abgepasst, die Scheiße hier. Ja, voll super! Ich mach mir hier erstmal... Also, sortieren will ich jetzt aber nicht unbedingt. Naja, komm, ich mach's einfach. Das bleibt mir schon übrig. Ich kann eh nur sortieren. Passt gar nicht alles in mein Inventar rein. Oh, so. So, dann packen wir hier einfach mal das ganze pflanzliche Scheiße rein. Jetzt wäre Inventory Tweaks ja jetzt was ganz Feines, aber nein. Leider nicht. Naja, was soll man machen, wenn man kein Inventory Tweaks dabei hat? Ähm, ne, 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 ne. Nee, Reed kann da nicht auch da rein. Die Samen lasse ich auch mal da drinne. Die ganzen anderen scheiß pflanzlichen Sachen holen wir jetzt auch mal dazu. So, Alter, wie viele Samen du mitgenommen hast, ne? Alter, da kannst du zur Samenspendebank mitgehen, ey. Wo hast du die Kaktüsse oder Kaktien oder? Hier. Aber dann kannst du allgemein mal fahren für Glas, fürs Haus und so. Ähm. Du warst, war ich noch nicht schlafen? Ach, können wir schlafen gehen? Warte, gehen wir schlafen. Mit so einem schönen Kellerfenster hier. Eigentlich müsste ich mich... Komm, wir legen uns da hin. Das ist, das ist viel amüsanter. Und wenn wir dann nicht da schlafen können, dann schlafen wir halt... Ich kann das teuer nicht auch. Ach, ich bin schwer voll. Warte kurz, die ganze Kacke wegpracken. Äh, pflanzliche Scheiße. Da kommt hier die ganzen Scheiß-Drops rein, so. Du hast nicht zufällig noch Sticks und Ei-Eisen? Ich kann dir... Naja. Nur noch... Ich habe eine Spritzer gebraucht. So, komm, wir schlafen jetzt hier hinten beim Kellerfenster. Weil das so toll ist. So, gute Nacht. Ah, Monster sind in der Nähe. Ah, ja, genau, vor der Tür auch noch, du kleiner Pisser. Vor mir jetzt kommt auch diese Rockermusik, wo ich immer die ganzen Monster verkloppen gehe mit, ne? Ganz zufällig. So, komm, geh schlafen. Geh schlafen. Geh schlafen. Geh schlafen. Ähm, da kommen die ganzen Monster-Scheiße rein. Pfeile behalte ich einfach mal. Das kann da rein. Ich will mal ganz kurz was nebenbei schauen, wenn ich schon mal wieder so lange aufnehme. Oh Gott. Da habe ich doch schon wieder ein paar E-Mails bekommen. War ja klar. Ja. Im Ernst? Was is das denn für Scheiße? Willst du mich verarschen? Was is das für Müll? Was soll in der Kack so? Das ist doch voll die Kacke. Was soll denn der Scheiß? Das geht doch nicht! Nein! Das kann ich nicht zulassen. Ich töte euch, wenn die jetzt zu mir kommen Deswegen, äh, ich töte euch Aber regelrecht, ich töte die Oh Gott Naja, jetzt hier noch weiter auffräumen Was haben wir denn hier, da haben wir noch die Stiefel drinnen Die gehören natürlich nicht da rein Was haben wir denn hier noch, die Nesawarze Gehör ich einfach auch mal, Enderpögel Ja, gehört auch dazu Leder, gehört auch mal einfach dazu Ähm, nüm, nüm, nüm Ach, Pilze gehört ja auch zu pflanzen, stimmt ja Äh, was kommt denn hier rein Hier können wir mal Cobblestone und alles reinpacken Packen wir da Dirt rein Und da kommt Sand und Rebel rein Kommt da Holz rein Was wir ja eh noch gebrauchen werden Und Rails können da Naja Rails können eigentlich auch zu den Drops mit rein Das gehört ja eigentlich auch dazu Genau wie Iron Bars Die brauchst du da so nicht woanders Ähm, da kann das und das rein Dann kann hier Diamant Ähm Ja, kommt hier Diamant rein und ähm, da kommt Eisen rein Dann kommt hier Lapis rein, was wir so viel zu viel haben werden bald Ähm, Kohle kriegt eine eigene Kiste, wie immer Redstone kann mit dem ganzen Gedöns da rein Ja gut, jetzt brauche ich noch eine Werkzeugkiste Ach, die kann hier rein, gut Zonesword, Bogen, nee, das brauche ich ja noch Ich repariere mal kurz meine Schwerter, das ist ja eigentlich eine super Sache, ne Du kannst ja, wenn du ähm, ähm, zwei Schwerter überlande legst Das ist einfach super So Ähm Ja, das brauche ich noch als das hier Flint, das gehört auch zu Dings dazu, zu Grave Wurwurpit So Gut Und Essen Wie viel Essen haben wir denn jetzt schon? Ach, eine Essenskiste brauche ich ja auch noch Dann nehme ich am besten mal die hier Ist da noch was drin? Ach du Scheiße, da ist noch was drin Äh, äh Da hat mir das doch mal einer Ja, hättest du mir ja früher sagen können, also im Ernst, wenn du es schon weißt Aber die Seas müssen wir irgendwie mal verplempern, das sind mir echt zu viele Die kriegen eine Ja, schön Ich kann dann ja mal eine Farbe Ja, aber erst mal anfangen hier, ne Mit dem Hausbau Wenn wir da